Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Heimerwerfer und bei mir geht nicht viel ab. Ich bin am verzweifeln mit diesem Video. Möchte ich mich an euch wenden, um eventuell Hilfe zu kommen. Also bitte ich euch, falls ihr die Story von GTA 5 durch habt, helft mir an dieser Stelle weiter. Oder wenn ihr Freunde habt, die das Spiel durch haben, dann fragt doch die Leute. Hier, ich kenne da so einen Noob, der kommt da nicht weiter. Was könnte man da machen? Ich bin am verzweifeln und zwar folgendes. Ich gehe mal auf die Karte. So, ich muss jetzt hier zu den FIB-Leuten. Seit 10 Let's Play Episoden komme ich da einfach nicht hin. Diese Mission bricht immer ab, wenn ich dort ankomme. Wie wir hier sehen können, habe ich jetzt mit Trevor keine Nebenmissionen mehr zu machen. Ich habe alles erledigt und ich habe auch alles mit Franklin und auch mit Michael erledigt. Ich habe keine Nebenmissionen mehr übrig. Wenn ich hier auf Charakterauswahl gehe, dann habe ich bei Michael eine Eins stehen, bei Franklin eine Eins stehen und auch bei Trevor eine Eins stehen. Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet. Bedeutet das, dass noch eine Mission zu machen ist oder wie oder wat oder wo? So, wir fahren jetzt mal dorthin. Dafür steigen wir ins Auto, damit ich euch zeigen kann, was geschieht, wenn ich dort ankomme. So, die Stunde der Wahrheit naht. Das ist der ominöse Ort. Da, oben links. Die Mission wurde unterbrochen. Komm später zurück, um sie zu starten. Wann später, Leute? Was muss ich machen? Oh, ich bin am Verzweifeln. Unser letzter Raubüberfall war ja das Ding in Paleto. Das haben wir ja souverän gemeistert. Ich fach mal die Granate weg. Und nach dem Raubüberfall in Paleto haben wir noch diesen einen Zug zum Entgleisen gebracht, um diese Goldstatue zu bekommen. So, und jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich wollte hierher oder immer, wenn ich hierher komme, wird die Mission unterbrochen und ich habe keine abgefuckte Nebenmissionen mehr zu machen. Und wenn ich hier nachgucken will bei Info, wahrscheinlich, weil ich das Spiel schon ab und zu mal wieder unterbrochen hatte, wird auch nichts angezeigt. Also Missionen bin ich jetzt sowieso nicht. Hilfe, die Mission wurde unterbrochen. Komm später zurück. Ja, toll. Das bringt mir viel. Dialog bitte, Baby. Ich weiß, dass ich ein Arschloch war. Okay. Geh einfach mal bei einem, meine Anrufe. Okay, das bringt mir hier auch nichts. Also ich bin am Verzweifeln, Leute. Bitte helft mir oder sagt euren Freunden, hier, da ist ein Noob, der kommt nicht weiter und der möchte die Story endlich mal fertig spielen. Ich bin ca. bei 50% jetzt. Und es geht einfach nicht voran. Ich habe jetzt keine Nebenmissionen mehr zu machen. Bitte, bitte helft mir. Ich bin am Verzweifeln, Leute. Ich habe so Bock, diese Story noch fertig zu spielen, bevor irgendwann Mafia 3 erscheint. Bitte, bitte, bitte. Ich bin wirklich verzweifelt. Und wer wahrscheinlich schon die letzten Episoden von der Story angesehen hat bei mir, wird auch da mitbekommen, dass ich schon echt angepisst bin und verzweifelt. Also würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könnt, Leute. Möge die Macht mit euch sein. Ciao. 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 Ciao.